Unsere Reise nach Yalta In diesem Jahr waren wir wieder in Yalta. Auf der Krim gibt es viele schöne Orte, aber Yalta gefällt mir besonders. Die Natur dort ist sehr malerisch und fabelhaft, das Klima ist subtropisch. Wir wohnten in einem kleinen, ziemlich gemütlichen Hotel. Nach dem Frühstück gingen wir zum Strand. Dort herrschte immer Hochbetrieb. Einige Menschen versuchten, einen Platz irgendwo im Schatten zu finden, andere möglichst nah am Meer. Wir badeten, lagen in der Sonne. Mein Mann und meine Kinder schwimmen sehr gut. Ich kann nicht schwimmen. Ich ging das Ufer entlang, hin und her, und das machte mir Spaß. Ich liebe das Meer. Es kann ruhig und stürmisch sein. Seine Farbe ändert sich oft. Ich kann das Meer stundenlang beobachten. Und der Sonnenuntergang am Meer ist etwas Unvergessliches. Die Wellen schlugen ans Ufer und die Sonne tauchte langsam ins Meer ein. Jeden Abend bummelten wir durch die Uferstraße und schöpften frische Seeluft. In Yalta gibt es viele Urlaubsmöglichkeiten. Cafés, Restaurants, Museen öffnen ihre Türen und laden alle herzlich ein. Einmal fuhren wir mit der Yacht. Vier Stunden fuhren wir über das Schwarze Meer. Das war wunderbar. Wir besichtigten die Umgebungen, machten zahlreiche Bilder, tauchten auf offener See und sahen Delfine. Zehn Tage vergingen wie im Fluge. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Auf der Krim. In Krim. Dort herrschte immer Hochbetrieb. Там всегда царило оживление. Im Schatten. In Tene. Sonne. Das Ufer entlang. Vdol beriega. Sonnenuntergang. Zakat Sonsa. Etwas Unvergessliches. Что-то незabываемое. Frische Seeluft schöpfen. Dышat свежim воздуhom. Auf offener See. Vier im Fluge. Nевероятно быстро. Составьте предложение с обратным порядком слов. Besonders gefällt mir Jalta. Мне особенно нравится Jalta. Auf der Krim ist das Klima subtropisch. Klimat w Krimu subtropisch. Nach dem Frühstück gingen wir zum Strand. После завтрака мы отправились на пляж. Im Schatten lagen viele Menschen. Mnogie Leute лежali w tene. Oft ändert sich die Farbe des Meeres. Cvet Moria часто меняется. Langsam tauchte die Sonne ins Meer ein. Sondce medlena pogružалось w mori. Viele Urlaubsmöglichkeiten bietet die Stadt. Gord предлагает множество вариантов отдыха. Prateritum. 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 Das heißt, wir sagten, ihr sagten, sie sagten. Ich sagte, sie sagte. Если основа слабых глаголов оканчивается на d, t, dm, c, h, n, f, f, n, то перед суффиксом ставится гласный e. Redete, antwortete, rechnete, öffnete, wettmete. Modальные глаголы получают суффикс t, и личные окончания при этом теряют umlaut. Müssen, musste, dürfen, durfte. Неправильные глаголы изменяют корневую гласную и получают суффикс t. Wissen, wusste, bringen, brachte. Fragen, fragte, fragtest, fragte, fragten, fragtet, fragten. Baden, badete, badetest, badete, badeten, badetet, badeten. Wollen, wollte, 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 wolltet, wollen. Müssen, musste, mustest, muste, müssen, mustet, müssen. Öffnen, öffnete, öffnetest, öffnete, öffnen, öffnetet, öffnen. Заполните пропуски в диалоге, поставив глаголы в скобках в форме простого прошедшего времени. Helga, hallo, Monika, du siehst so frisch aus. Warst du wieder in Yalta? Helga, привет, Monika, ty wyglädisch такой свежей. Ty уже вернулась w Yalta. Monika, здравствуйте, Helga. Я была в отпуске и хотела поехать в Крым. Helga, я знаю, Yalta ist deine Lieblingsstadt и вы всегда проводите там отпуск. Расскажите мне о своем отпуске. Monika, diesmal митeten wir ein Haus für zwei Wochen. Die Lage war sehr günstig. Niemand störte uns. Jeden Tag badete ich im Meer. Surfte. Mein Mann segelte. Mit unseren Nachbarn spielten wir Volleyball oder Tennis. Bei gutem Wetter wanderten wir oder machten zahlreiche Ausflüge. Wir reisten mit unserem Auto. Monika, в этот раз мы сняли дом на две недели. Ratsположение было очень удачным. Нас никто не беспокоил. Я плавала в море и занималась серфингом каждый день. Мой муж ходил под парусом. Мы играли в волейбол или теннис с нашими соседями. Когда была хорошая погода, мы ходили в походы или ездили на многочисленные экскурсии. Мы путешествовали на машине. Helga, machten dich Meeresluft und Sonne gesund? Helga, морской воздух и солнце сделали вас здоровой. Monika, ja, natürlich. Ich fühle mich immer gut nach meiner Erholung auf der Krim. Monika, ja, natürlich. После отпуска в Крыму я всегда чувствую себя хорошо. Ratschiffruyte анаграммы. Am abend gehen urlaba in die diskothek. Sie tanzen dort und unterhalten sich. Die menschen schwimmen im Meer, liegen in der Sonne. Люди купаются в море и не жатся на солнце. Dieser superstar kommt jeden Sommer nach Jalte. Wir besuchen gern seine konzerte. Эта суперзвезда приезжает в Jalte каждое лето. Мы любим ходить на его konzerte.